Hallo zu einem weiteren Video von uns. Ich bin der Christoph von Camperia und ich darf euch heute unseren Camperia Family vorstellen. Das Besondere an dem Fahrzeug ist, dass wir in dem Fall vier Fahrplätze haben, wie man hier schon leicht sieht und auch optional bis zu vier Schlafplätzen. Das Interessante allgemein ist, dass das Fahrzeug trotzdem nur eine Länge von maximal 5,40 Meter hat, je nachdem ob noch ein Fahrradträger dazukommt oder nicht und auch nur eine Höhe von 2,40 Meter beziehungsweise maximal 2,60 Meter. 2,60 Meter haben wir, wenn wir eine Dachhaube haben oder auch eine Solaranlage oben drauf. Das war's schon zum allgemeinen Fahrzeug. Ich würde sagen, wir fangen hier außen mal an und schauen uns das bisschen an. Vorweg, hier außen kommt oft noch ein Klapptisch mit hin. Der würde dann von hier aufgeklappt werden können und man könnte hier perfekt was abstellen oder zum Beispiel auch schon ein bisschen kochen oder sonst irgendwas. Wenn man gleich noch reingeht, hier zu Beginn unser Kühlschrank lässt sich um 180 Grad öffnen und man kommt von außen perfekt hin, hat innen noch ein Kühlfach hier oben drin. Das heißt, man kann auch ein paar Sachen gefrieren oder eben auch Eiswürfel zum Beispiel machen, wenn man sich hier gleich am Klapptisch einen Drink mixen will zum Beispiel. Dann gleich noch hier in der Küchenzeile mit dran. Lichtschalter für den vorderen Bereich und daneben noch eine USB-Steckdose mit Spannungsanzeige für die Zweitbatterie. Wir haben die extra hier außen platziert, dass man auch, wenn man zum Beispiel draußen sitzt oder so, sein Handy laden kann oder zum Beispiel eine Musikbox aufladen kann, wenn man ein bisschen Musik hören will. Genau, ich würde sagen, wir gehen rein. Hier ist keine Drittstufe verbaut, machen wir aber optional auch immer. Vor allem bei der H2 Variante bietet sich das auch an, weil das doch ein bisschen höher ist. Genau, ihr könnt sehen, wir haben hier wirklich eine super Stehhöhe von circa 1,90 Meter. Je nachdem, wo man steht, bisschen mehr, bisschen weniger. Aber ich mit 1,75 Meter ungefähr komme hier super klar. Aber ich denke auch Leute, die ein bisschen größer sind oder noch wirklich einiges größer, fühlen sich hier super wohl. Hier vorne, der Bereich, besteht aus vier Fahrplätzen. Die zwei Fahrersitze und hier hinten die Beifahrersitze. Dann können dann gedreht werden, die vorderen Sitze und wir halten hier unsere Sitzgruppe mit unserem Tisch zusammen. Der Tisch ist hier unten ausklappbar, sodass auch der Beifahrer essen kann und genau ein bisschen Ablagefläche hat. Ist halt angenehm, dass der klappbar ist und oder beziehungsweise drehbar, damit man hier vorne den Bereich nutzen kann, um sich ein bisschen zu bewegen. Und ist halt wirklich wieder super easy gemacht. Ohne Probleme, den kurz eindrehen und dann ist er weg. Der Tisch ist verstellbar in der Länge, dass auch die Fahrersitze ein bisschen besser hinkommen zum Essen und außerdem sind auch die Beifahrersitze hier hinten in den Schienen verstellbar und können eben auch rausgenommen werden, was meiner Meinung nach ein super Feature ist. Da wird einfach hier unten der Riegel entriegelt und schon kann der Sitz hier entnommen werden. Und man hat jetzt dann wirklich, wenn man zum Beispiel nur zu dritt unterwegs ist oder auch nur zu zweit und man will sich ein bisschen gegenüber sitzen, dann kann man halt nur den Sitz drin lassen und hat halt wirklich hier noch viel mehr Platz, um sich wirklich frei zu bewegen, wenn man sagt, man benötigt keine vier Fahrplätze. Ich würde sagen, ich stelle den Sitz hier jetzt mal raus, dann seht ihr das mal, wie man das vom Platzverhältnis dann ist und dann schauen wir uns den Rest von dem Fahrzeug an und vor allem die Küche und den Bettbereich eben noch. Genau, Küchenbereich, angefangen hier oben. Zusätzlicher Stauraum, immer sehr gut im Camper zu gebrauchen. Das ist unser klassischer Hängeschrank, den ist immer optional dabei. Hat hier unten eine kleine LED, damit man auch ein bisschen beim Kartenspielen oder beim Essen am Abend noch ein bisschen zusätzliches Licht hat, was natürlich auch angenehm ist, wenn man nur das an hat zum Beispiel, um das ein bisschen hier drin ein bisschen romantischer zu gestalten. Wenn man dann weiter schaut, hier oben ist noch mehr Stauraum. Das ist halt immer klassisch bei dem H2-Modell. Man kriegt hier oben alles mögliche an Decken oder sowas rein, was man halt immer mal schnell greifen muss oder im Alltag ein bisschen braucht. Genau, das ist Stauraumseite, dann hier hinten eine Küchenzeile. Weiter zum Küchenbereich. Wir haben hier Waschbecken und Kochgelegenheit. Der Gaskocher hier ist mit Kartuschen. Er kann einfach rausgenommen werden, ist mit der Arbeitsplatte verschraubt, aber wenn man zum Beispiel draußen kochen will, einfach abnehmbar. Zum Waschbecken. Es ist wirklich super riesig. Man kann leicht Töpfe abspülen, Pfannen abspülen, sonst was auch immer, wenn man zum Beispiel vor allem nicht am Campingplatz ist, sondern ein bisschen in der Wildnis ist und ein bisschen Wildcampen ist eben. Das Modell hier vom Wasserhahn ist optional mit einer Außendusche verfügbar. Die wird einfach hier eingeklipst und schon kann man, indem man hier anmacht, draußen zum Beispiel was abspülen oder den Hund abwaschen oder was auch immer. Einfach wieder raus und schon ist es wieder als Wasserhahn nutzbar. Wenn wir hier weiter schauen, haben wir hier zwei Schubladen. Bietet sich immer an für Besteck, was auch immer, was man eben in den Schubladen so daheim auch verstaut. Hier auch noch mal das Gleiche. Ist halt meiner Meinung nach immer sehr praktisch, weil man schnell und einfach hinkommt. Rechts daneben ist ein weiteres Fach mit zwei Böden. Im unteren Bereich ist unser Frischwassertank. Der Abwassertank ist in dem Fall unterm Fahrzeug, damit man hier mehr Platz einfach hat. Bei uns sind immer 20 Liter Frischwasser dabei. Optional kann man hier in dem Camper unterm Bett oder wo auch immer, das seht ihr danach noch, weitere Kanister verstauen. Oben drüber ein kleineres Fach nochmal für Geschirrtücher oder was auch immer. Genau, das ist Küchenzeile 1 gewesen. Schauen wir weiter hier auf die Seite. Hier haben wir auch noch eine kleine Küchenzeile. Einfach nur als Erweiterung gedacht, wenn man ein bisschen was Kleines schneiden muss oder mal noch was ablegen muss. Dann haben wir unten drunter auch wieder zwei Fächer. Ich denke mal perfekt für Töpfe oder Pfannen oder sowas. Unten drunter und gleich hier oben eben auch ist die Standheizung. Hier oben das Bedienpanel. Hier unten drunter der Auslass für die Standheizung. Rechts daneben eine 230 Volt Steckdose. Die funktioniert, wenn entweder außen Landstrom angeschlossen ist oder wenn ein Wechselrichter verbaut ist. Das ist auch immer optional. Da haben wir Bereiche von 1,5 bis 2,5 kW. Hier oben drüber noch Glashalter. Das sind unsere eigenen Modelle. Finden wir immer perfekt, weil die Gläser einfach aufgeräumt sind, während der Fahrt nicht rumfliegen. Aber man kommt halt auch einfach schnell hin und kann sich sein Weinglas oder sowas rausnehmen. Das ist das Küchenbereich so gewesen schonmal. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum Bettbereich. Wir haben hier vorne mehrere Fächer. Angefangen hier mit links, dem kleinen hier. Einfach draufdrücken, entriegeln und schon hat man eine kleine Durchladung nach hinten. Man kann ein paar Wasserflaschen oder ein paar Kleinigkeiten, die man halt da staunen muss, einfach unterbekommen. Daneben zwei größere Schubladen. Oben die erste. Einfach rausziehbar und schon kann ich ein paar Sachen drin verstauen. Ich kann die Kiste auch rausnehmen, wenn ich will und zum Beispiel keine Ahnung, meine Klamotten mit drauf nehmen oder die Kiste mit hochnehmen und dann meine Klamotten einräumen. Und hier unten drunter dasselbe nochmal. Auch wieder einfach eine Kiste ganz easy gemacht. Und die kann ich auch wieder rausnehmen und kommen wirklich super hin, wenn ich kurz mal spontan was brauche. Oder auch wirklich viele Sachen lagern muss. Das muss man natürlich auch so sehen. Daneben Lichtschalter für den hinteren Bereich und drunter wieder eine 2-Volt-Dose, zum Beispiel um USB-Adapter einzustecken oder ein kleiner Wechselrichter für das Laptop-Ladegerät oder sonst irgendwas. Das Bett allgemein hat eine Breite von 1,40 Meter und eine Länge ungefähr von 1,90 Meter. Das heißt für ein Querschläferbett ist das wirklich mit das Maximum, was rausholbar ist. Und es können wirklich auch größere Leute hier drin super schlafen. Bett ist an sich teilbar. Da gehe ich danach noch weiter drauf ein. Das seht ihr dann von hinten. Optional hier wieder ein weiterer Hängeschrank, wie der hier vorne auch. Eben auch wieder ganz normal aufklappbar. Man bekommt schnell seine Kleidung rein, die man eben im Alltag wieder ein bisschen braucht. Darunter wieder eine LED, damit man es am Abend im Bett ein bisschen gemütlich hat. Und hier oben ist wieder unsere Dachhaube, wie immer öffnenbar. Also kann aufgestellt werden und auch verdunkelt und mit Fliegengitter abgedeckt werden. Im hinteren Bereich auch noch ein kleines Fenster, bisschen zur Durchlüftung, leichte Zirkulation der Luft. Genau, ich würde sagen, das war es vom Bettbereich und auch von dem Camper hier drin an sich. Wir schauen uns jetzt von hinten nochmal rein, wie es da aussieht und dann seht ihr auch das Bett, wie es geteilt werden kann. Genau, jetzt wieder von hinten der Camper. Wie bei unseren anderen Modellen auch, das ist uns hier wieder ganz wichtig, dass das Bett fest verbaut ist. Man kann wirklich wieder einfach sich ins Bett reinlegen, wenn man gerade irgendwo angekommen ist. Oder gerade beim Campingplatz vom Abend vom Essen heimkommt und man muss nicht wieder anfangen, sein Ausstelldach aufzustellen oder sonst irgendwas. Noch, wir haben ja schließlich vier Fahrplätze. Hier sieht man jetzt nur zwei Schlafplätze. Optional sind allerdings auch vier Schlafplätze möglich. Man könnte es zum Beispiel durch ein Rooftop-Tent lösen oder aber auch, wenn man es ein bisschen kuscheliger macht. Wir haben auch eine Option, dass man hier drin nochmal zwei Schlafplätze erweitert. Genau, ich würde sagen, wir schauen uns hier jetzt noch kurz die Staufächer an und dann geht es weiter. Links wirklich super riesig. Allgemein durch die Betthöhe hat man wirklich eine angenehme Stauraumhöhe und auch die Tiefe wirklich 1,40 Meter. Man kriegt auch, wenn es ist, vielleicht ein Kiteboard oder sowas unter und kann das da super lagern. Hier auch nochmal größer, ist ganz nach vorne die Durchladung möglich. Und hier innen auch die Kisten und sowas kann man alle, die Kisten kann man rausnehmen, das Brett oben auch. Und dann hat man hier in der Mitte die Durchlademöglichkeit. Das mache ich jetzt mal kurz und dann schauen wir weiter. So, ihr seht, in der Mitte ist frei. Ich habe die Matratze hier raufgelegt, das Brett in der Mitte rausgenommen und die Schubladen vorne raus. 20-30 Sekunden und wir haben wirklich einen nahezu alltagstauglichen Lieferwagen. Nahezu. Aber wir können jetzt wirklich super Fahrräder reinstellen oder ein Regal reinstellen oder was auch immer, was man eben im Alltag mal so braucht. Oder wenn man mal kurz spontan irgendwo in die Berge fährt und einen kleinen Ausflug macht und nicht extra die Radträger hinten benutzen will. Apropos Radträger, wir haben die Option, dass wir hier an die Türen außen Radträger ran machen oder auch über eine Anhängerkupplung. In dem Fall ist keine Anhängerkupplung dran, aber wir rüsten auch gerne Anhängerkupplungen nach, ebenso wie Rückfahrkameras oder sonstiges im Bereich vom Fahrzeug. Zum Schluss noch was Kleines zu den Ausstattungsvarianten. Wir haben verschiedene Bodenfarben oder auch Arbeitsplattenfarben, Küchenzeilenfarben. Gibt es nicht nur in Weiß, auch Holzoptik zum Beispiel oder auch im Bereich des Filzes. Hier haben wir auch verschiedene Töne. Das kann jeder Kunde ein bisschen individuell auf sich abstimmen, was er da gerne hätte, was ihm gerne gefällt. Gern kann er auch ein bisschen Input geben. Vielleicht haben wir irgendwas noch nicht im Sortiment, was er gerne hätte. Da nehmen wir auch gerne immer wieder neue Sachen auf. Das war's zu unserer kleinen Roomtour vom Camperia Family. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, irgendwas, schreibt es unten in die Kommentare. Ruft uns an oder schreibt eine kleine Mail. Wir freuen uns immer über ein bisschen Input.